Willkommen zurück zu Tom Clancy's Division ja mit dem Milo wieder Führung Mach's gut So und wir nehmen jetzt quasi, haben uns entschieden Oh, die braucht Hilfe Warte mal Wieso? Ich hab nicht geschossen Ja, wir haben uns entschieden doch nicht mehr mit der PS4 aufzunehmen, weil irgendwie die Headsets auf einmal wenn man zu laut redet knackt, bricht also brach dann, dass die Stimme immer ab so ein Gekratze bloß noch gehört hat und das haben wir jetzt Bei meinen letzten Aufnahmen war es so dass Daniel halt sehr leise war und bei mir wieder ich wieder übelst laut war Ja und dann haben wir uns entschieden das jetzt über den PC wieder alles zu leiten und dann auch in voller HD dann aufzunehmen Ist ja dann auch immer noch weil bei der PS4 kann man nur bis 27p aufnehmen und ja, das war dann auch immer so eine Einbuße und ja das sind die Neuigkeiten also der Part jetzt ab weiß es gar nicht welcher Part das jetzt ist aber ist ja egal dann kommt das müsste über 20 sein 27, 26 keine Ahnung ungefähr ja der kommt dann jedenfalls jetzt ab sofort am voller HD und alle anderen Projekte von der PS4 natürlich auch am voller HD ab sofort wieder und ich hoffe mal dass über Headset jetzt über PC und so dass sich das ganz normal und auch besser anhört noch wir werden es sehen ne außerdem können wir jetzt so laut reden wie wir wollen ihr könnt uns alle mal genau wir machen aber heute mal gemütlich eine Hauptmission mal wieder weil wir jetzt letzten Part letzten Part zeig ich fünf Parts glaube ich durchgehend fünf oder vier waren es keine Ahnung erstmal so diese ganzen kleinen Nebenmission wie man auf dieser Karte jetzt hier aussieht sind ganz viele kleinen Nebenmission weg und haben wir eigentlich auch nur deswegen gemacht weil wir auch ein bisschen leveln mussten wir waren einfach zu schwach und ich habe jetzt ist mir gerade aufgefallen ich habe jetzt viermal Heilung du auch ja was ja bei mir steht jetzt plus vier also bei ach nicht plus du hast bei mir die Dings was anderes gelevelt ne das kann ja das kann sein ich habe die Apotheke genommen und du hast wahrscheinlich was anderes genommen ja ich habe glaube ich was anderes genommen und habe jetzt viermal Heilung also ist nicht nur drei mal Heilung kann man nie genug haben gut dann dann nehme ich jetzt mal diese die Hauptmission hier an so hörst du das jetzt eigentlich auch hier hast du Heilung dass die jetzt quasselt hörst du das jetzt auch ne das höre ich nicht ne na gut lass uns laufen ich möchte nicht vollgelabert werden also mich quatsche voll oh auf geht's immer noch tiefster Winter hier aktives Echosignal geortet alles klar wollen wir jetzt gar nicht haben wir keine Lust drauf das kam jetzt auch bei mir du weißt was das da drin ist ja das feine scheiße das ist der falsche nein das ist das falsche ich will die jetzt mache ich genau dasselbe wie du ja ich habe extra meine Finger jetzt runter genommen auf die auf die R und L2 Taste jubelst du weil du überhaupt nichts gemacht hast aber echt der hat ja noch den Rücken guck mal der hat ja den Rücken zu denen gedreht ne der wollte aber nichts mit zu tun haben wo kommt der denn jetzt weg das ist doch nicht mal ne Waffe doch ne Handwaffe wow ich vertraue dem Unterkennen naja wir sagen nichts mehr dazu die sind hier voll die Brillerleute ey oh der kotzt hier oh Alter ja der kotzt da an der Laterne voll besoffen oder man soll so weniger saufen ey jetzt sind wir schon hier in so einer Bude oder der hat ein blöder was geht denn da hinten ab ah das sehe ich auch gerade ich will mitmachen das sind die 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 Gangs kämpfen gegeneinander cool schalten sich gegeneinander aus das ist mein Freund loll was war das alter warum ist hier denn doch immer so ein Flamm aufgegangen diese G36 sind so scheiße zu schießen ich will eigentlich ne AUG haben ne AUG? wenn du ne AUG kriegst oder ne 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 keine ahnung wie die was jetzt heißt wenn du ne AUG hast die am besten nicht verkaufen die halten sowas von still die ziehen auch nicht so nach oben hin die ganze Zeit na gut mit der G36 hab ich jetzt aber auch keine Probleme was das für das nur mit diesen diesen ganz fetten MGs ne ja gut die ganz fetten die kannst du voll knallen ja die haben einen die ziehen voll nach hinten das gefällt mir absolut nicht und die oh naja gut er hätte ja sowieso in der Welt nur gelitten ich hab mir eigentlich jetzt nur erschossen um die WP-Pumpe zu kriegen ach so das heißt jetzt nicht dass ich ein Tierquäler bin und die ganze Zeit gerne Hunde abschlachten oder sowas ne ne aber in dieser Welt hier die ernähren sich ja hier auch nur von Müll und so und von toten anderen Tieren und vielleicht von toten Menschen und so wenn ich auch so dass sie muss man sie da vorne lösen genau was ist was oh bleib stehen bleib stehen und die er wenn du dann nicht weg gehst und die wisse von ach da haben sie schon haben sie schon wieder ne 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 Brand Dings der Hund ist verbrannt ich hab ihm extra gesagt er soll weggehen aber er wollte ja nicht werden naja das ist jetzt schön warm mhm 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 oh Gott ist das echt diese Medimission kann ich mich da noch gut dran erinnern naja was auch immer hier ist die Mission wo wir anfangen wollen Stufe Nummer 1 Grundstufe ist Stufe 8 und Stufe 9 also ist das schon mal positiv ok wir suchen die Geldscheine mit denen unser Freund Amherst seinen ursprünglichen Virenstamm verbreitet hat wir wissen dass er viel über Abelz in Umlauf gebracht hat mit etwas Glück müsste es da also reichlich kontaminierte Scheine geben und sie sind jetzt schon geschossen ne bei mir sind wir voll am Abkasten was ist los aber wenn sie keinen Virusstamm für den Abgleich finden können wir jede Hoffnung auf einen Impfstoff aufgeben also das ist klar Scheiße er hat einen Brandsatz auf uns geworfen Boah Boah ich auch Boah ich auch Boah was geht mit euch ab Leute was ist los mit euch Oh Scheiße bleibt geduckt Oh die haben auch hier eine Brandgranate grad ziemlich geschmissen die Schweine Und der da hinten Oh Gott ich bin so scheiße im Schießen ey das ist echt nicht mehr feierlich Jetzt reicht es mir aber hier Oh den hast du aber gut weg geholt Oh Oh bei mir kommen auch welche Alter voll die Breitseite Schon wieder diese Pyro Dinger Die müssen wir unbedingt erschießen bevor sie Ohhhh Ich glaube ich muss die Empfindlichkeit gleich noch mal runter stellen Oh Softer kommt ein Achter Alter das hat gesessen ich bin voll im Feuer geblieben Leute ich lebe wieder Temperatur steigt Erhöhte Kohlendioxidwerte Warte bevor du da raus gehst Ich will meine Dingslam einstellen Ich hüttere Isaac mit den Bauplänen für den Fall dass sie sie brauchen Berechne die Route zur Steuerzentrale des Brandschutzsystems Voll die Brandstifter hier ey Ey da drüben müssen wir hin irgendwas aktivieren Mh ich will die ganze Scheiße noch einsacken die hier ist Ja ich hier auch Und ich Alte die haben den geilen Weihnachtsbaum hier drin plack gemacht Ja der brennt Der brennt voll Aber richtig Wo müssen wir hin? Mh da Ach da Da hinten Müssen wir denn da aktivieren Sprinkleranlage auslösen Achso Ahja Dann müssen wir das Feuer mal löschen Na super dann müssen wir auch noch runter Alter Alter Schwede Hier piept doch was Ja ich hörs Da hinten Da ist auch ne Kiste warte da können wir hingehen Wir warten bis der scheiß Feuer hier weg geht Alter Guck mal hier Da können wir das mal öffnen Was haben wir denn hier so im Schrank Eine verbesserte G36 Was siehst du Eine Jagdhalfer Nehmen wir ja mit Aufpassen wenn es wieder piept Ja Oh oh Ja schön Da mussten wir da lang ne Da ist jetzt alles zusammengebrochen Dann gehen wir hier halt durch Warte 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 Kann man hier auch rein Hier kann man nicht rein Da geht es nicht Und hier Brennt das Licht Es brennt Aber tot Funt und Schalter Wo ist denn das Ding was wir überhaupt Achso hier müssen wir durch Nicht ins Feuer Ey drück mich doch wenn ich hier rein Okay dann wollen wir mal Achso gedrückt halten Oh ich drückte irgendwie mal dauernd X und denken Ich muss gedrückt So jetzt löscht mal alles hier Uiuiuiui Machen Sie weiter Ich brenne Oh Ich brenne Oh Ihr kennt das ja nicht so brennen Wenn das hier doch alles Gewarte hier sind auch sowas im Schrank Wie kann ich den Scheiß im Schrank benutzen? Ja ich auch nicht Oh Kohle suchen ist immer gut Geld 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 Regelt die Welt Oh hier Munition erfüllen Ja hier haben sie schon alles geplündert Die ganze Schränke Oh Gott Hier gibt es noch Exit LOL Da stand doch einmal vor meiner Nase der Junge So richtig Böse Alter Okay hier kann man nicht rein Aber die Tür ist offen Das ist hier etwa wieder neue Kompadres Hey hier sind wir doch genau da Wie geht Wie ging das denn? Sind wir einfach in der Runde gelaufen? Wir sollen hier irgendwie was durchsuchen Also hier vorne Ja hier Kassen ne? Ja hier Kassen ne? Ja geh du mal da Die Seite lang und ich geh hier drüben hin Ich hoffe wir machen da jetzt nicht einen Fehler und die holen uns vielleicht tausend Leute hier rein Wow hier sind Leute drin Ja Wir sollen hier hoch Bist du dir da sicher? Ja? Naja Hier Die sollen wir auch noch im Video durchsuchen? Die Kasse Ach so wegen Scheiß Geld Die Kohle Kohle aus der Kasse geholt Und jetzt hoch Da steht hier neben mir Er sagt mir immer noch ich soll hier hingehen Soll ich die Kasse auch noch durchsuchen oder was? Kann ich doch gar nicht Ach hier ist ein Echo wollen wir das aktivieren? Warte Warte Ich aktiviere mal Meine Süße sagt er Tansanit Führen Sie so etwas? Oh Gott Sag mir das dir die Uhr nicht gefällt Na los Es tut mir leid meine Kreditkarte funktioniert nicht Das ist kein Problem Bitteschön und 9,20$ zurück Wo ist fest? Aha 9,30$ Super Kreditkarte funktioniert nicht und sie sagt Kein Problem Hier 9$ noch was zurück Habe ich jetzt auch nicht verstanden Ja doch wir sollen immer noch hoch Ja wir sollen hier aber auch noch hoch Aktives Echo Signal geordert Wie äh noch mehr Kassen? Ich weiß nicht ich guck grad nach ob hier unten noch irgendwie Kassen sind Ne zeig ich aber nichts an Na gut dann geh nach oben Lass uns nach oben gehen Was ist denn das grüne? Ach so ein kleiner Tannenbaum Boah ein riesen Nussknacker Okay So einmal hier lang Mal alles einsammeln was man hier einsammeln kann Ah hier ist eine Katze noch Hier ist so so ein Spende Ding ist auch Test auf Virus Kontamination negativ So Test auf Virus Kontamination negativ Negativ Okay jetzt haben wir alles auf negativ und was nun? Ich höre Leute Ich höre Leute Ja das wollte ich auch gerade sagen Wir sollen irgendwie hier vorne hin laufen Aber die hören sich an als ob die da unten sind Okay die sind hier vorne Komm hier hinter Da vorne laufen sie Ah ja ich sehs Einer mit Schild und dann diese zwei mit den Einer mit Schild und dann diese zwei mit den Angriff? Angriff Gern Hahahaha Wo ist denn der 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 hier mit sich ein Granat? Feinde nähern sich über die Rolltreppe Wie Feinde nähern sich über die Rolltreppe? Die gibt's die! Gibt's doch noch! Ach da. Oh, bei mir hat er eine Granate hingeschmissen. Saudi. Okay, dass ich hier die Empfindigkeit ein bisschen runtergestellt habe, ist gar nicht so verkehrt gewesen. Mhm. Okay, das zählt doch ein bisschen besser. Ich dachte, wenn das ein bisschen lockerer ist, geht das besser. Aber ist nicht so. So, die... Da kommen wieder welche. Und es ist doch keine Rolltreppe, dass da hinten war. Da komm. Komm, komm, komm. Nix da, oh, Lila, na. Komm, erstmal den an. Der Lila ist der, der mit dem Brenner. Ja. Der ist tot. Oh. Na gut, dann war er doch nicht so lila. Die Cleaners fackeln nicht alles ab, bevor sie diese Geldscheine gefunden haben. Selbst wenn nicht extreme Hitze zerstört DNA. Ab etwa 95 Grad Celsius brechen die kovalenten Bindungen. Und dann löst sich die Doppelhelix auf wie ein billiges Abschlussbekleid. Ein Grund mehr, sie in Schacht zu halten, ATEM. Ach, wir sollen jetzt echt noch einen Stock wegheuer. Wie gesagt, kein Druck. Na, ich hoffe mal, dass die hier nichts weiter abfückeln. Okay, die Kasse durchsuchen. Test auf Viruskontamination negativ. Immer alles Negatives, ey. Und noch eins höher müssen wir dann nicht, weil, siehst du ja, ne. Ja, also... Da kommen wir nicht mehr höher. Irgendwie hier, hier die letzte. Die Kasse noch. Test auf Viruskontamination negativ. Hier kann man auch irgendwie was einsammeln, hier vorne in der Ecke. Das sind sowieso immer solche dämlichen Kisten mit ihren dreckigen Granaten drin, die sowieso keiner schmeißt. Ja, stimmt. So selten, dass ich... Ja, 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 das bei mir auch. Merke ich auch, weil wir haben ja das andere Ding, ne. Den Granatwürfer. Den benutzt man dann schon eher als wie diese normalen Granaten. Dabei hat man die auch noch. Da hinten. Boah, wo kommt die denn? Aber echt, ey. Mann. Wollen die hier noch shoppen, oder was? Das weiß ich schon nicht. Gott, die haben mich gerade echt wirklich sehr erschreckt, die Deppen, ey. Gut. Dann einmal nach oben. Achso, hier. Ich laufe. Überall solche kleinen Weihnachtsmänner und alle, die hinten rumsteht, ey. Ach, schon wieder dieses Ding. Das hört sich an wie so ein Bellner Köter, ey. Oh. Und ein bisschen Wasser rausgespritzt, ey. Ja, das geht ganz nass. Ach, du Scheiße. Wir kriegen wieder Besuch. Achso, da hinten. Okay. Boah, hab ich über seine Birne geschossen. Ist ja übel. Wo kommst du denn her? Manchmal muss man wirklich sagen, schießen muss gelernt sein. Und das hab ich noch nicht. Alter. Wenn man ihm mal zuguckt, soll man mal sagen, was ne beste Einstellung ist. Die Empfindlichkeit hoch oder runter? Für was, handelich sagt, kann man mir auch sagen, ich soll es selber ausprobieren. Er muss sich hier gar nicht flicken müssen. Die zünden hier alles an, die blühen Schweine. Ja. Ich hasse die G36. Die ist so schwer zu kontrollieren. Ja. Ich muss grad sagen, ey. So lang, so wird es Zeit, dass er stiehe. Oh, da kommen noch welche. Oh, noch. Ganz hinten sind noch welche. Der kommt jetzt von der anderen Seite, glaube ich. Ja. Alter. Wieso hab ich denn jetzt keinen Sound von den Schüssen gehabt? Scheiße, da ist einer mit einer Granate. Oh, Vorsicht. Musik ist immer noch dramatisch. Ich geh mal schnell Munition los. Ja, ich auch. Da ist ja echt noch einer. Man weiß ja nie, was noch kommt. Ah, da. Ein gelber. Ja. Loll. Loll, wieder von Deckung, Junge. Was? Ui. Von Recht. Oh Gott. Was tust du, Junge? Warum gehst du? Lila. Bleib da schön hinter. Bleib da schön hinter. Die beide gehen Deckung, Gummt. Mach mal Heilung. Nicht weggehen. Ach so. Geh in Deckung. Jetzt in Deckung bleiben. Na ja. Oh, bist du weggesprungen? Guck mal hier. Ja, da waren Gelber hier in Lila. Alter, Vater. Geh weg, ich will nicht. Er drückt doch Kreis. Na gut, dann machen wir die paar noch mal. Ist ja egal. Ich würde sagen, wir machen dann einen Schnitt. Ja. Oh, und ich werde natürlich nass gespritzt. Alles klar. Ich auch. Gehen wir mal hier hinter. Na gut, Leute. Dann machen wir erstmal hier einen Schnitt. Schnitt die Schnitte. Und... Wir hoffen, dass der nächste Schnitt ein besserer Schnitt wird als der. Ja. Ja. Und sagen dann, äh, Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, de Wischen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Ciao.